Bei jedem Antrag wieder die gleichen persönlichen Daten eingeben? Durch die Registermodernisierung müssen Daten, die bei der Verwaltung bereits vorliegen, nach dem sogenannten Once-Only-Prinzip nicht noch einmal mitgeteilt werden. Das verringert den Aufwand auf beiden Seiten. Nutzerinnen und Nutzer müssen bei Anträgen nur noch neue Angaben und Veränderungen übermitteln. Und auch die Verwaltung profitiert von verlässlichen Daten und einem vereinfachten Austausch. In der Folge sind so kürzere Bearbeitungszeiten möglich. Register sind Verzeichnisse oder Datenbanken der einzelnen Verwaltungen. Derzeit sind die Register kaum miteinander verbunden. So sind bereits vorhandene Daten für andere Verwaltungsverfahren nicht immer nutzbar. Durch moderne und vernetzte Register wird ein behördenübergreifender Datenaustausch ermöglicht. Der Datenschutz und die Datensicherheit stehen dabei an oberster Stelle. Bürgerinnen und Bürger behalten die volle Kontrolle über ihre Daten. Wenn es nicht bereits gesetzlich geregelt ist, tauschen die Behörden nur nach ihrer Zustimmung die Daten aus. So behält jeder die Übersicht, welche Daten wann und durch wen verwendet werden. Mit verlässlichen und miteinander verknüpften Registerdaten wird ein nutzerfreundliches digitales Verwaltungsangebot für alle Beteiligten ermöglicht. Verwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsverwaltungsver